bestehen das steht grund gelaufen bleibt stehen wartet auf mich auch das ist auch noch mal er gut ist mir was zu tun er hat wollte ich sogar zurückkommen und steigt doch ein jetzt kommt Ich steig ein Justus noch nicht hier. Ich fahr weg kurz. Der schwimmt da oben. Der schwimmt da oben. Der schwimmt da oben. Ich hab ein Mongo-Kind. Ich hab Justus. Nein, nein. Justus kommt, Justus kommt. Vorbeifahren. Ah. Ah, schade. Nein, jetzt ist es. Ich bin so hin raus. Dapadau. Du du. Nein, Mongo Alter. Nein, nein. Wir rollen, nein. Wir rutschen. Nein, da war ich rein. Verdammt Okay, ab geht's Ähm Ja, auf A, aber dann sitz ich da eben So ne voll coolen Ohr da, weißt du Ja Das Ende Bordgeschüß Mit dem man nichts trifft Mit dem trifft man echt nichts Ich hab sogar einen Film Das wär so episch gewesen Hätt ich jetzt ein Film auf dem Boot gemacht Ja Yo Kommt einer zu euch Ja, 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 ja Sperrfeuer-Alarm Ja, wo? Wo, ah Ah ja, warte Ich sprühe überall hin Ich sprühe überall hin, nur nicht auf den Gegner Okay, ich werd gekillt Okay, wir werden irgendwann hinten abgeschossen Keine Ahnung wie das geht, aber Also ich glaube ich hab grad eindeutig gemerkt Wie brutal Die die Streuung Verhört, äh, verhört, erhöht haben Die Streuung, ne? Oder M1603 Ja, das ist echt richtig brutal Ja, das ist echt richtig Ja, das ist echt richtig Dafür ist die jetzt bald Ja, hier nie überfällig In der Fingern Da steig ich da gleich mal ein WIPER Nein, ich bin in der WIPER Jungs Kommt rein Naja, sorry, ich bin schon gespawnt Warte, ich komm zu dir Ich komm zu dir Ich kann das Ich kann das Ich kann das Ja, ich warte bis der Aussteigt ist Bleib einfach stehen Ja, ich warte Ich bleib einfach stehen Und warte bis der Aussteigt Kein Bock mehr hat Oder denke ich, wenn aufkommt Wollte ich nicht so hinstellen Damit er merkt, dass Wer vielleicht Tech haben Und ich werde hinter den Heliküter stellen Du bist so minder vermittelt Uhhh, Roadkill, verdammt fast Da muss ich dann Roadkill Ja, komm rein, komm rein Und Justus Uhhh, er ist schon wieder drin Du wirst die Zahlen über dem Heliküter Na, verdammt 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 So, jetzt kann ich bei euch spawnen Jetzt Justus Von hinten noch mal kann einsteigen Steig doch ein Man kann von hinten nicht einsteigen Steig doch ein Steig doch ein Nein, jetzt spaw ich mal ein Justus, nein Jetzt spaw ich nicht ein, nein Boah, ihr seid so dumm Boah, ich steig 2 Minuten Boah, bis zu Tomios Das geht nicht Es geht nicht Klar geht Ihr seid so dumm Jetzt geht doch weg Und steigt der nie aus Und ich fliege gleich ohne Ey, ihr müsst doch nur eh drücken Geht nicht, wenn du hinter den Menschen stehst Ich stelle euch noch nicht direkt dahinter Der wird weiß, dass ihr da sollt Jetzt steckt einer in der Verbrechung Neu, ich komm nicht rein Ich auch nicht Boah, vergisst das Nein Nein Ja, dann So ist das auch schon Ich konnte nicht reinsteigen Es ist so, man konnte nicht reinsteigen Hallo Harzen Ab und bis die abgeschossen werden Jetzt ist da wieder jemand drin Ja, da ist auch einer drin Ihr sollt euch vielleicht hinter dem Helikopter stehen Bis der aussteigt Ah Ah F*** das war ein Helikopter F*** das war ein Helikopter Halt doch auf Justa Ich hatte doch nicht Ich hatte irgendwie nicht Aufsteigen zu wollen weil ich losgefliegen musste wegen dem als euch bei mir nicht die nicht einsteigen können nur das ist mit dem Raketen auf dem Weg ist so es wie Scheiße die Steine haben wir auch hier ist die Drogen für euch auch losliegen jetzt so war ich noch warten Ali Report bei sich geht es um die aufgaben wird er lasst auch mal an ich will die nehmen. Ey, solche Mongos. Ja, flieg einfach, komm. Leu, jetzt habe ich... Leu. Jetzt habe ich den Admin. Der war gerade draußen. Ne, der war nicht draußen. Der war gerade draußen, ich sehe das. Warte mal. Boah, blei, der geht doch nicht, äh, da geht der hin. Ach, vergisst euch keinen Bock mehr. Du bist so dumm, der wollte gerade aufsteigen. Du bist so dumm, Sebi. Ne, wenn du den beleidigt, dann steigt der bestimmt nicht aus, würdest du auch bestimmt nicht mehr haben. Du bist so dumm, Sebi. Ja, dein dumm. Du bist so dumm, Sebi. Halle, hier ist das. Ja, aua, aua, aua. Nein, ich will den Jet rein. Nein, der Spawner direkt. Ha. Wie scheiße ist das? Boah. Boah. Ah, komm her. Lass die AGT vorschreiben, die Mongo. Ah, ja, genau, das AGT vorschreiben. Mach doch mal jemand, die Showflamme von denen kaputt. Ja, man hat keine Chance, äh. Ohne Witz. Herr Helikopter macht echt keinen Spaß mehr. Ja, ja. Geee. Kann ich nicht leben. Ha. Schau mal einen Helikopter ein in den Wichsen. Ja, du bist so. Ja, du bist so. Ich sehe wie drin. Ha, Sebi ist nicht drin. Nein. Ja, da ist eh kein Platz mehr, Sebi. I'm so sorry. Ich weiß nicht, was er sich in den Wuch sounded oah. Von Kultus ist voll defectig. Nicht schießen, nicht schießen. So habitat werden kann. Ach, gone. Ja. Ja, Ach, du bist voll cool. aber auch keiner von dem auch die so auf dem von den Koppel neue Kielbäude der Koffer festgestellt Altbauer werden kämtliche Hälfte ich hasse Kompressen was soll ich nur mal überhaupt kein Spaß das war eine weitere da du es vorab geschossen ist den nächsten halt eine Kuss ist an auch nicht wählt manches E-Kussmann sie ja du guckst hier an Kupfer hier ist es um uns vor allem Flugplätze und das ist was cooles zeigen bis 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 zu Pionieren ja dort selbst wird ich würde ein Kitter nur ein Kitter der Ankeleitung nur für dich Alex nur für dich Deutsch vor mir ich mache ich hier was schönes ja ich kann es mir schon denken ich kann es mir echt eh schon denken wie ist das denn? lol 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 aaaah aaaah das war der nein lol das geht mein Ding was habt ihr gemacht? äh warte ich hab er denn noch nein doch ich wollte es gekickt wieso? nein wurde es nicht gekickt doch nein doch nein doch nein doch nein doch doch eindeutig okay es leckt bei mir ey und dann ist er einfach plötzlich vor mir warum leckt das so? lol bei mir steht das ich bin playing aber weiber 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 nooo alle Männer mit dem Wichser äh ich kann nicht es läuft wie Justus mit seiner Javelin ich kann das Spiel nicht maximieren ich hab mich raten ja 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 dann lieg ich so aber also bisher nicht nur die vom Server ich befreulich leben halt zwei ja was soll ich mache ich kann das Spiel dann desktop obwohl ich nur Leute ja das ist ja ich konnte nicht mehr in Battlelog rein ne gott bei den 4 3 werden ja genau das war schon auf die Runde gleich eh zu Ende die ist sofort zu Ende das sieht so scheiße auslos aus kann das mach mach du das auch mal nein mach das auch nein mach das auch mach ich wohl gerade aber schöne Schreie nein dann musst du ganz schnell daneben also ich möchte es auch mal sehen wie das ich bin drin komm komm lass mich reparieren lass mich reparieren ja ich repariere 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 so ist fein vor der Reparatur ja ein Ticket noch Sturzflug verdammt jetzt haben wir gewonnen oder ja glaub man muss doch irgendwas muss man doch was reparieren oder für irgendeine Errungenschaft bestimmt oh mein Gott was hat ne Runde etwas crazy aber naja nur ein bisschen crazy weißt du hallo 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 meine Nase tut weh ach meine läuft auch wie blöd ich hoffe das hat euch nicht zu sehr gestört dass unsere Nasen alle vollkommen zu sitzen wir wissen auch nicht wieso irgendwie ist das Wetter momentan ein bisschen angekotet ich weiß auch nicht Na ja, okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.